Moin Moin und Willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf der Cloud Realm und ich muss kurz das testen. Ah ok, ich weiß jetzt nicht genau ob es so gekommen ist, dass ihr jetzt eventuell ein tolles Intro gesehen habt oder auch nicht. Wenn ja, das hat mir liebe Cloud gemacht und wenn nicht dann... kriege ich eine Krätze, aber hoffsache ich kriege eine Folge. Weil das Problem ist, ich habe eigentlich doch ein sehr gutes Schneideprogramm auf dem Tablet drauf, was ist denn da los? Sehr gutes Schneideprogramm auf dem Tablet und das braucht einfach wirklich ewig, das braucht Stunden. Ist halt auf dem Tablet alles intern gemacht, aber es ist ohne Qualitätsverlust und so weiter. Soll schon recht geil sein, hat auch schon zwei, dreimal funktioniert. Ich hoffe es wird diesmal funktionieren. Und dann werde ich, je nachdem wie meine Zeit zulässt, hin und wieder machen. Außerdem muss ich vorproduzieren, das kriege ich gar nicht vorgerendert alles. Und dann werde ich auch schauen, dass ich eventuell jetzt noch nicht ein Overlay erstelle, was dann links und rechts sind jetzt diese Ränder, das liegt ja an der Auflösung des Shields. Dass ich diese dann auch bedecken werde mit etwas Hübschem würde ich sagen. So und jetzt gibt es noch eine weitere Nachricht, die einerseits toll, andererseits nicht so toll ist. Die Alpha, die Realm Alpha, wie da oben steht, die endet. Die wird wohl zum Montag enden und damit wird das Server verschwinden und die Map. Und es hieß eigentlich auch, und das fand ich sehr komisch, heute wäre die letzte Chance, also es ist jetzt gerade Mittwoch, wo ich aufnehme, je nachdem wann ihr das hier sehen könnt, dass man es sich nicht mehr anmelden kann nach dem Tag. Und je nachdem, was natürlich unser lieber Ocelot mit dem Ocel-Kraft-Server macht, weil ich wollte da gerne unbedingt mal aufnehmen. Und wenn ich mich dann jetzt eventuell hier von der Beta abmelde, kann es sein, dass ich mich zu der Realm nicht mehr anmelden kann. Dann würde es ab sofort keine neuen Maps mehr geben. Ist gut, ich wusste, dass der Cloud gemacht hat. Deswegen, heute gehe ich einmal ganz kurz rum und schaue einfach mal nach, was die Leute jetzt noch so gemacht haben. Eine kleine Rundschau hier. Ich bin auch gerade ganz alleine auf dem Server, das finde ich auch sehr gut. Ich hätte auch schlafen gehen können. Cool, er hat schon sogar das Dach angefangen. Frisch gespoilert wahrscheinlich. Ja, und wir labern einfach mal ein bisschen durch die Gegend. So, ich hätte auch einfach mal schlafen gehen können, Idiot. Gucken wir mal, ob ich das auch mal schnell machen kann. Weil tagsüber ist es dann doch ein bisschen angenehmer. Auch wenn die Mops irgendwie komischerweise nicht verbrennen tagsüber. Zumindest sofort, was ist denn mit euch los? Bum, 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 bum. Na, nur weil du einen Helm aufpasst. Ich glaube mir mal. Was ist denn hier los? So ja, hier hat überhauptersoning nichts. Das kannst du auch noch. Lass mich jetzt. Möööööö. Bitte Nöööööööö! Aber das break 5000 oder was. Neocad � mourning oder was.. Ja, das medizinisch ist natürlich auch sehr klug. Steuerung, danke. Platz für nichts. Das wird auch mal aber kein großer Baum. ulaub Đing rückt zu sein. So, komm komm komm, lass mich da rein, dadurch wird die Folge auch ein bisschen kürzer. So, dann wollen wir kurz schlafen. Sollte funktionieren. Sollte ja keiner da sein. Und noch eine Info, ich bin das Wochenende selber leicht verreist, in der Nähe von Oidenburg bei Bremen, bei einem Geburtstag und ich weiß nicht, ob ich es schaffe vorher aufzunehmen oder nicht. Ich hoffe es, wenn nicht, dann verzeiht es mir bitte. Ärgert mich dann nämlich selber wahrscheinlich noch mehr als Euch, weil ich habe echt übel Spaß daran, Euch zu unterhalten, wenn es so möglich ist. So, gehen wir mal kurz gucken. Also hier ist ja so ein übelster Bahnhof geworden, keine Ahnung warum. So, und was ist das Gebäude? Das kriege ich auch noch gar nicht. Mein Name ist immer noch richtig, ne? Ja, okay, komplett aus Quarz. Gamer ehemalig Lächelnknopf, aha. Ja gut, eine kleine Quarzfestung, würde ich fast sagen. Okay, auch in Sachen Ausleuchtung bist du, gehst du dir auf Nummer sicher. Auch nicht verkehrt. Ja gut, nett, nett. Von außen her macht das natürlich viel mehr weg. Doch, doch, hat was. Hat was. Wollen wir nicht zu kritisch sein? Ich bin deshalb nicht besser. Was habt ihr hier gemacht? 10.000 Lagerfeuer hier. Kaum sage ich mir mal, dass hier nichts ausgeleuchtet ist, dass hier voll, ja, die Hölle ausgebrochen oder was. Aber auch schön eingezäunt finde ich auch sehr gut. Ja, hier haben wir halt immer noch den schiefen Turm von Pizza. Dann haben wir hier die Pyramide. Schön, ich muss gleich noch was gucken, weil ich glaube auf Twitter habe ich was gesehen. Ich sollte eventuell demnächst auftauchen. Kommt schon. So, hier ist glaube ich nichts großartiges Neues passiert. Außer dass dieser komischer Bunker immer noch steht. Mit Netherrack. Eine Bahn in den Netherrack. Das ist natürlich auch sehr nice. Ja, da hinten wurde nochmal eine Area 51 gebaut. Das habt ihr bei Cloud gesehen. Das war die Idee das zu bauen. Okay, auch nicht schlecht. Oh, nicht brennen. Cool. Gesperrt wegen, ja. Das kennen wir ja alles schon. Oh, da oben kommt schon was. Aber hier ist erstmal die Schachtel von der Schachtel, ey. Das ist ja... Alter, mehr Schachtel geht nicht. Was soll das überhaupt sein? Was soll das werden? Keine Ahnung. Da haben wir wieder das Colosseum. Da hätten wir uns immer bekämpfen sollen, ich Idiot. Und deutsches Flugzeug. Da gehen wir nochmal kurz hin. Huch. Hm. Ich überlege gerade mich da hoch zu bauen. Hm. Ist hier irgendwo was? Ja. Könnte reichen. Oh, ob ich da oben ankomme? Da werde ich wahrscheinlich grandios in den Tod springen. Wie ich drunter? Einigermaßen. Oh, oh. Wo ist das denn? Kannst du mal was essen? Ob das was wird? Au. Ich wage zu bezeichnen. Ach du Scheiße. Kriege ich denn hier oben Schaden? Ach du meine Güte, wird gerade irgendwie schwindelig. Uh, angekommen. Hm. Ok, Grafik, pack. Da kommen wir ja sogar fast rein. So, nochmal rum. Shit. Ich knall gegen die Decke. Komm mal hoch, hopp, komm. Immer noch Decke. Hä? Hä? Ist doch gar nichts. Jetzt aber. Jaaaa. Da wird sich jetzt die Mühe gegeben. Ich wurde sogar darauf geachtet, wie es von oben aussieht. Über den Wolken. Ey, eine nette Aussicht. Besonders auf das Hotdog. Eieieieiei. So, gucken wir nochmal hier kurz rüber. Ja, der Sari ist ja in seinem Kreativmodus vertieft. Der braucht da irgendwas anderes. Hm. Schade, dass die Sichtweite in den Realms irgendwie so niedrig ist. So, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Und bevor ich noch merke, dass ich da einen Erdklumpen habe stehen lassen. Obwohl... Ach, scheiß das drauf. Wissen was scheiß das drauf? Ich darf es auch mal. Obwohl, warte mal. Geht das Risiko ein? Das wird nie was. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Der Spaß ist halber. Ich glaube, da würde mich jetzt keiner umbringen, wenn es hier ganze Erdklumpen hier rumliegt. Jetzt komme ich hier sowieso nicht mehr runter. So. Äh... Ach ne... Allihopp. Allihopp. Muss ich trotzdem mal wegmachen? Wenigstens das. Na, ist weg. Das werde ich definitiv nicht überleben, wenn ich daneben springe. Geonimo! Alter! Puh! Da war ja ganz schön hoch gewesen doch. Ja, jetzt haben wir ja natürlich da den Stein, äh, Erdklumpen, ist halt so. Und die Brücke ist glaube ich, oh, die wurde repariert, ist auch sehr nice, die hat sich ja echt mysteriöserweise weggepackt, keiner weiß warum. Ich gehe schon mal hier kurz eine Runde. Gehen wir mal kurz das Gug hier hin, okay, alles gut, ähm, okay, gehen wir nochmal kurz hier ist Area 51. So, alle hier, alle hier, alle hier, hallo scharf. So, ist hier noch was passiert? Oha! Nett, nett, nett. Ja, ich finde die nette Idee, könnte man was draus machen. Aber jetzt gehen wir mal kurz in mein Baumhäuschen zurück, was relativ fertig geworden ist, wissen das hier jetzt. Hier baut Zucker Mokka, alles klar. Na ja, ein bisschen sticht ja mein Gebüsch da oben hervor. Das sieht echt komisch aus, ne? Oder? Was sagt ihr? Akzeptabel? Natürlich noch nicht fertig geworden, aber... Ach ja, komm, kann man mitlegen. Nö. Ist ja doch recht gut ausgewuchert alles. Ich mags. So, dann gehen wir jetzt noch mal ganz kurz hier hoch. Und eventuell, muss nicht sein, dass es so ist, war es das dann hier mit der Realm? Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Kann auch gut sein, dass da noch Folgen kommen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach ich gut!